So erstellt man ein D-Fig von seinem Lieblings-Yatuber. Schritt 1, erstelle ein Video von verschiedenen Blicken. Schritt 2, jetzt schneidet aus den Bildern die Gesichter der Person aus. Schritt 3, jetzt muss das Programm die Gesichter trainieren, das dauert eine Ewigkeit. Einen Monat später. Jetzt können wir das Gesicht von Hennur testen, ab ins Studio. Haha, das macht so ein Spaß. Fertig ist unser D-Fig, das fertige Video findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Handhofblatt. Hihihi.